So Schatzi, Vorschlag Nummer 2. Gut, die erste Stufe hast du gleich verprägt, ne? Ja, bist dann schlau. So, jetzt guck mal, ob das jetzt vielleicht besser geht. Jawoll, sehr gut. Da hängen wir jetzt mal nochmal nicht hin. Jetzt stehst du aber genau an der Stelle, wo du am schlechtesten rausgucken kannst. Was ist denn komisch? Ein komisch, hau ich mal. So, passen Sie mal auf, hau ich mal. Ich habe ja jetzt gesehen, dass du hochkommst. Wer hochkommt, kommt auch runter. Alles gut. So, guck mal. Hier ist auch schon mal Futter. Wenn du hier noch gucken gehen willst. Das ist noch nicht so optimal, wie ich es haben will. Aber wir gucken mal. Du wirst es schon finden, ne? Du hast ja eine Nase. Okay. Dann mach jetzt mal noch ein bisschen alleine. Ich muss mich jetzt erstmal um die Spatzkis kümmern. Bis später.